Ich freue mich, dass ich heute hier spielen kann mit zwei so wunderbaren Musikern. Wir sind alles Immis. Ich bin nur die Mikrofonhalterin. Wir sind alles Immis aus Köln. Wir sind eingereistet. Wir sollen ins Mikro reden. Und ich habe euch was Neues mitgebracht, was ihr eigentlich alle kennt. Und ich habe einen anderen Text drüber gelegt. Ich habe mich mal gefragt, wie es wäre, wenn ich in der anderen Rolle drin wäre. Und ich habe mich vor einem halben Jahr, Jahr noch viel besser gefühlt als heute, als sich so viele schlimme Dinge hier in der Welt auftun. Und deshalb kam ich auf dieses Lied. Auf dem Rückweg von Konstanz, von der Friedenskette. So. Ich wäre so gerne auch Zeuge Coronas. Nicht hinterfragen, was das Fernsehen bringt. Wir lügen einfach glauben, ohne selbst zu recherchieren. Das wäre doch herrlich und so schön bequem. Mitte des Monats brauche ich kein Geld mehr. Es ist doch scheißegal, sie meinen es gut. Sie erzählen von Steuersenkung und sie nehmen mir das letzte Hemd. Egal, dem Denken ist grad nicht im Trend. Da habe ich nicht die geringsten Skrupel. Ich wollte hier vom Fach zu depanieren. Wenn ich krank bin, gehe ich nicht zum Arzt. Ich nehm den Bankkaufmann. Er weiß am besten, wieso mich hier steht. Wenn einer vor mir steht und kommt mit Fakten. Dann sage ich ganz einfach, du bist rechts. So muss ich nicht überlegen, ob er es mit mir gut meint. Ich vertraue lieber denen in Berlin. Dann sage ich ganz einfach, du bist rechts in Berlin. Und kommt mir irgendwann ein leiser Zweifel. Dann ziehe ich mir die Maske ins Gesicht. Wenn CO2 verhindert, dass das Hirn gut funktioniert. So merke ich nicht, was um mich rum passiert. Das ist doch wunderbar. Sehe ich hier irgend ohne noch ne Gehorsam. Dann scheiß ich ihn gleich auf der Stelle an. Es ist schön zu denunzieren. Es macht Spaß, Menschen zu quälen. Da frage ich doch nicht erst nach einem Sinn. Jetzt stehen sie vor mir mit dem PCR-Test. Sie führen mir das Stäbchen, die Nase ein. Sie stoßen mir durch die Hirnrinde und ich lächel dazu fein. Dort könnt ihr nicht viel finden, wie ich mein. Am Ende kommt der N-R-N-A-Spritze. Man schiebt sie mir ganz langsam hinten rein. Zwar bin ich gegen den Mais, doch bei mir ist das egal. Meine Kede zu verändern, finde ich doch ganz normal. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank für's Zuschauen.